Kushi, was ist los? Was hast du? Du machst mir Angst. Was ist los? Warum schreist du so rum? Hast du wieder was? Ach na hin. Es ist sowas von nervig. Das ist aber doch keine Maus mehr oder? Das ist ja schon eine Ratte oder so. Juli! Der schreit doch auch schon wieder. Das ist ja schon wieder. Setz die Maus weg. Hier liegt auch ein Vogel und eine Maus. Richtig pervers. Der hat bestimmt drei Mäuse gegessen. Ein Vogel. Das wird nur Immunsystem stärken, glaube ich. Die Katzen sind irgendwie immer sauber. Egal was zu tun. Von mir ist es halt so ein bisschen staubig. Das stimmt ja. Kleiner Drecksprotz. Der hat doch überall an den Armen so schwarze Schlieren. So schwarze Flecken. Machst du sowas so sehr fertig. Schreibst du? Re fui.